Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit einer Übungsaufgabe, wie sie typischerweise im dritten Ausbildungsjahr in Elektronika berufen vorkommt. Dabei geht es um die symmetrische Belastung von Drehstromnetzen. Und zwar werde ich einen Verbraucher einmal im Stern und einmal im Dreieck im 400-230V Drehstromnetz betreiben und mir dabei anschauen, welche Leistung und welche Ströme dabei auftreten. Am Ende des Videos werde ich den Fall betrachten, dass einer der Außenleiter ausfällt und wie sich das auf die Ströme und die Leistung auswirkt. Wie bereits gesagt wird hier ein 230-400V Drehstromnetz vorausgesetzt von dem Verbraucher, der hier durch einen Durchlauferhitzer präsentiert wird, ist bekannt, dass er bei Sternschaltung eine Leistung von 7,5 kW aufnimmt. Das sind alle Daten, die hier zur Verfügung stehen, also sprich die Leistung im Stern und die Angabe, dass der Durchlauferhitzer im 230-400V Drehstromnetz betrieben wird. Im ersten Aufgabenteil wird dieser Durchlauferhitzer nun im Stern betrieben. Zu berechnen sind die Strangströme, die Außenleiterströme und die Widerstandswerte der einzelnen Heizwicklungen. Wir sehen hier den Durchlauferhitzer mit seinen drei Heizwicklungen, wie er im Stern an diesem Drehstromnetz betrieben wird. Hier die Sternbrücke. Da der Durchlauferhitzer eine symmetrische Belastung bildet, ist für diese Schaltung kein Neutralleiter erforderlich. Es sollte Ihnen unbedingt bewusst sein, dass der einzelne Heizwiderstand hier, obwohl kein Neutralleiter benutzt wird, an einer Spannung von 230 Volt liegt. Die Strangspannung beträgt 230 Volt an jedem Widerstand, obwohl er zwischen den Außenleitern eine Spannung von 400 Volt besteht. Es sollte Ihnen auch bewusst sein, dass in diesem Fall der Außenleiterstrom dem Strangstrom entspricht. Strangstrom und Außenleiterstrom sind in diesem Fall gleich. Ich werde im Folgenden die Berechnung der Strangströme, der Außenleiterströme und der Widerstände auf zwei verschiedene Arten durchführen. Im ersten Fall werde ich ausgehend von der Leistung im einzelnen Widerstand auf diese drei Größen schließen. Ich finde diesen Weg durchaus einfacher. Im zweiten Fall, der sich dann anschließen wird, werde ich von der Gesamtleistung den 7,5 kW auf die drei Größen schließen. Nun aber erstmal zum ersten Weg. Ich weiß ja nun, dass insgesamt 7,5 kW umgesetzt werden, können. Da es sich um eine symmetrische Belastung handelt, bedeutet das ja nun, dass am einzelnen Widerstand eine Leistung von 2,5 kW umgesetzt wird. Diese Information kann ich nun sehr einfach nutzen, denn wenn an diesem Widerstand nun 2,5 kW umgesetzt werden, kann ich diese 2,5 kW, sprich 2500 Watt, einfach durch die Spannung teilen, die an diesem Widerstand anliegen. Das ist die Strangspannung, 230 Volt und kann somit auf den Strangstrom schließen, der dann damit 10,9 Ampere beträgt. Dieser hier ausgerechnete Strangstrom gilt natürlich für alle drei Stränge. Wie bereits gesagt, ist der Außenleiterstrom hier gleich den Strangstrom und somit kenne ich auch alle drei Außenleiterströme. deren Wert beträgt ebenfalls 10,9 Ampere. Da ich nun den Strom durch den einzelnen Widerstand kenne und seine Spannung auch bekannt ist, ist es nun natürlich sehr einfach, den Widerstandswert der einzelnen Heizwicklung mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes zu berechnen mit R gleich U durch I. Ich komme hier auf einen Wert von 21,1 Ohm. Wie bereits angekündigt, werde ich nun ein zweites Mal genau die gleichen Werte unter den gleichen Bedingungen ausrechnen. In diesem Fall werde ich den Ansatz jedoch über die Gesamtleistung von 7,5 kW wählen. Dafür benutze ich diese Gleichung, die Sie in Ihrem Tabellenbuch sicherlich vorfinden, P gleich Wurzel 3 mal U mal I. Bei der Nutzung dieser Formel muss einem jedoch klar sein, dass es sich bei dieser Spannung um die Außenmessbare Spannung handelt, also außerhalb des Verbrauchers und das sind 400 Volt. Ich werde also hier 400 Volt einsetzen müssen, obwohl der einzelne Widerstand nur an 230 Volt liegt. Der Strom, der hier einzutragen ist, ist der Außenleiterstrom, der hier von außen über den Außenleiter in den Verbraucher fließt. In diesem Fall identisch mit dem Strangstrom. In einem älteren Video habe ich die Herleitung dieser Gleichung gezeigt. Ich empfehle Ihnen dringend, sich mit der Herleitung dieser Gleichung auseinanderzusetzen, denn nur wenn einem die Herleitung dieser Gleichung bekannt ist und wenn einem bewusst ist, dass hier immer äußere Größen eingesetzt werden, kann man mit dieser Gleichung geeignet umgehen. Diese Gleichung gilt übrigens auch für den Fall, dass der Durchlauferhitzer im Dreieck betrieben wird. Nun aber zu der hier gestellten Aufgabe. P ist gleich Wurzel 3 mal U mal I. Als erstes werde ich nun mit Hilfe dieser Gleichung den Außenleiterstrom berechnen, wozu ich diese Gleichung natürlich umstellen muss. Wir sehen hier die umgestellte Gleichung aus P gleich Wurzel 3 mal U mal I, wird I gleich P durch Wurzel 3 mal U. Die Gesamtleistung ist hier einzusetzen, das sind 7500 Watt, die Wurzel 3 und 400 Volt. Nicht etwa 230 Volt, sondern tatsächlich die Außenleiterspannung. In diesem Fall komme ich auf einen Wert von 10,8 Ampere. Auch in diesem Fall gilt natürlich, da es sich immer noch um die gleiche Schaltung handelt, dass der Strangstrom gleich dem Außenleiterstrom ist und somit gelten diese 10,8 Ampere natürlich auch für den Strangstrom. Wir sehen hier schon eine Abweichung zum Ergebnis des ersten Rechenweges. Auf diese Abweichung gehe ich gleich noch etwas näher ein. Den Widerstand der einzelnen Heizwicklung kann ich nun auf genau dem gleichen Wege berechnen, wie das in der ersten Variante der Fall war, mit dem Ohmschen Gesetz, R gleich U durch I. Hier muss ich aber natürlich nun wieder die Strangspannung ansetzen, denn die Spannung am Widerstand beträgt ja 230 Volt und der Strom, der hier durchfließt, beträgt 10,8 Ampere. Da der Strom hier 10,8 Ampere beträgt und nicht 10,9 wie beim ersten Rechenweg, gibt es auch hier eine kleine Abweichung im Resultat. Es sind 21,3 Ohm und nicht 21,1 Ohm wie im ersten Fall. Wodurch entsteht nun diese Abweichung? Dazu möchte ich auf ein Video hinweisen, das ich zu diesem Thema erstellt habe. Dort erkläre ich das Ganze ausführlich. Hier sei nur so viel gesagt, dass diese 400 Volt, die ich hier ansetze, nicht genau richtig sind. In einem 230 Volt 400 Volt Drehstromsystem ergibt sich für die Spannung zwischen den Außenleitern tatsächlich keine Spannung von 400 Volt, sondern nur von 398,4 Volt. Rechnet man mit 400 Volt. So ergibt sich je nach Rechenweg eine kleine Abweichung von anderen Rechenwegen und genau die kommt hier zum Tragen. Wie gesagt, in einem älteren Video habe ich diese Thematik genauer betrachtet. Im nächsten Aufgabenteil werde ich nun wieder den gleichen Durchlauferhitzer betreiben, jedoch wird er im Dreieck betrieben. Wir sehen hier die entsprechende Schaltung wieder im 230 Volt 400 Volt Drehstromsystem. Die einzelnen Widerstände sind im Dreieck verschaltet. Man kann das hier gut nachvollziehen. Dieser Widerstand liegt an L1 und mit dem anderen Kontakt an L2. Dieser Widerstand an L2 und L3 und der dritte Widerstand liegt an L3 und L1. Zu berechnen sind in diesem Fall neben den Außenleiterströmen und den Strangströmen auch noch die Leistung, die der Durchlauferhitzer in der Dreieckschaltung aufnimmt. Auch in diesem Fall werde ich zwei verschiedene Verfahren anwenden, um diese gesuchten Größen zu berechnen. Als erstes berechne ich nun die Leistung dieses Durchlauferhitzers, der im Stern 7,5 kW aufnimmt, für den Fall, dass er im Dreieck betrieben wird. Es gilt generell, wenn die gleichen Widerstände vom Stern ins Dreieck geschaltet werden, dass dabei die dreifache Leistungsaufnahme auftritt. Sie sollten sich diese Gleichung unbedingt merken. Man kann sie sich recht gut merken, wenn man sich klar macht, dass nun der einzelne Widerstand an einer Spannung liegt, die um den Faktor Wurzel 3 größer ist als vorher. Das bedeutet aber auch, dass der Strom ebenfalls um den Faktor Wurzel 3 größer ist. Da nun die Leistung sich zusammensetzt aus dem Strom und der Spannung und beide nun um den Verkettungsfaktor größer geworden sind, ist es so, dass insgesamt Wurzel 3 mal Wurzel 3 gerechnet werden muss gegenüber dem Sternfall. Das macht Faktor 3, um die Leistung im einzelnen Widerstand zu ermitteln. Das kann man nun auf alle drei Widerstände übertragen und dadurch wird klar, dass der Verbraucher hier die dreifache Leistung aufnehmen muss. Hat man sich das gemerkt, ist es nun natürlich ein leichtes diesen Wert zu berechnen. 3 mal 7,5 kW sind 22,5 kW. Mit dem Strangstrom ist ja nun wiederum der Wert gemeint, der durch den einzelnen Widerstand fließt. Das ist hier wieder recht einfach auszurechnen, denn ich kenne ja die Leistung an dem einzelnen Widerstand. Der hat den dreifachen Wert gegenüber der Sternschaltung, dort waren das 2,5 kW, beziehungsweise er hat ein Drittel der Gesamtleistung, die ja jetzt 22,5 kW beträgt, also natürlich wiederum die 7,5 kW. Ich kenne also die Leistung an diesem Heizwiderstand. Ich kenne die Spannung, das sind 400 Volt und somit kann ich nun natürlich sehr einfach den Strangstrom mit I gleich P durch U berechnen und komme hier auf einen Wert von 18,75 Ampere. In diesem Bild sehen wir nun die Dreieckschaltung, so wie sie üblicherweise aufgezeichnet wird. In dieser Variante ist ein ganz bestimmter Zusammenhang, der nun wichtig wird, einfacher zu erkennen, deshalb dieses Bild. Sie sollten sich unbedingt merken, dass bei gleichen Widerstandswerten der Faktor Wurzel 3 zwischen dem Außenleiterstrom und den einzelnen Strangströmen besteht. I ist also gleich Wurzel 3 mal I Strang. Das kann zunächst ein bisschen erstaunen, denn dieser Strom teilt sich ja nun auf diese beiden Ströme auf, so dass man meinen könnte, dass dieser Wert doppelt so groß ist wie denn dieser einzelne Wert. Das ist aber deshalb nicht der Fall, weil diese beiden Ströme um 120 Grad zueinander verschoben sind. Aufgrund dieser Phasenverschiebung dürfen die Effektivwerte eben nicht einfach addiert werden, sondern es kommt dabei heraus, dass dieser Strom den Faktor Wurzel 3 hat gegenüber diesem Strom. Und genau mit der Information lässt sich in der gegebenen Aufgabenstellung nun dieser Außenleiterstrom recht einfach berechnen. Die hier gesuchten Außenleiterströme, die natürlich für alle drei Außenleiter gleich sind, fließen über diese Strecke auch hierher, denn das ist immer noch der Außenleiterstrom, der hier fließt. Und an dieser Stelle verzweigt sich das Ganze zum Strangstrom. Und dieser Strom ist eben um den Faktor Wurzel 3 mal größer als der Strom durch den einzelnen Widerstand. Damit kann ich nun diese Außenleiterströme leicht berechnen, indem ich den zuvor berechneten Wert von 18,75 Ampere für den Strangstrom mit Wurzel 3 multipliziere und komme somit auf einen Wert von 32,5 Ampere. Im nächsten Schritt werde ich nun wieder genau die gleiche Aufgabenstellung lösen, allerdings im Ansatz nun wieder über die Gesamtleistung. Bei diesem Rechenweg bin ich ja nun wieder im Ansatz über die Leistung des einzelnen Widerstandes gegangen. Im nächsten Schritt, wie gesagt, werde ich wieder über die Gesamtleistung auf die einzelnen Größen schließen. Ich werde dazu gleich den Außenleiterstrom über diese Gleichung herleiten, von der ich ja eben bereits gesagt habe, dass in diese Gleichung grundsätzlich die außen messbaren Größen einzusetzen sind. Das ist hier in der Regel immer 400 Volt, die da einzusetzen sind und in diesem Fall ist das dann eben der Außenleiterstrom, der hier außen gemessen werden kann und nicht etwa der Strangstrom, der sich ja nun von dem Außenleiterstrom unterscheidet. Die Gesamtleistung für diese Schaltung berechne ich genauso wie zuvor, nämlich mit 3 mal der Leistung im Stern und komme wieder auf die 22,5 kW. Im nächsten Schritt muss ich nun wieder diese Gleichung auf den Strom umstellen. I gleich P durch Wurzel 3 mal U, genauso wie zuvor in der Sternschaltung. Jedoch ist die Gesamtleistung jetzt um den Faktor 3 mal größer, es sind also diese 22.500 Watt einzusetzen, geteilt durch Wurzel 3 mal 400 Volt, wodurch ich jetzt den Außenleiterstrom berechne. Das Ergebnis ist identisch mit dem in der ersten Variante. Nun ist aber noch der Strangstrom zu berechnen, das ist der Strom durch den einzelnen Widerstand. Da der Außenleiterstrom um den Faktor Wurzel 3 mal größer ist als der Strangstrom, muss ich nun natürlich den Außenleiterstrom durch den Verkettungsfaktor Wurzel 3 teilen, um von da aus zum Strangstrom zu kommen, den ich hier mit 18,8 Ampere berechnet habe. Damit zum letzten Teil dieses Videos. In diesem Teil werden die Leistungen der einzelnen Widerstände berechnet, für den Fall, dass der Durchlauferhitzer im Dreieck betrieben wird und der Außenleiter L1 vollständig ausfällt. Hier das entsprechende Bild dazu. Wir sehen, der Außenleiter L1 ist an dieser Stelle unterbrochen. In solchen Fällen ist es immer ratsam, sich ein Ersatzschaltbild herzuleiten, denn die Schaltung hat sich ja nun vollständig geändert. Dazu muss ich mir natürlich bewusst machen, wie denn nun die einzelnen Widerstände miteinander verschaltet sind, wenn diese Unterbrechung auftritt. Diesen Widerstand werde ich im Folgenden als R1 bezeichnen, das ist R2 und der Name R3 ist ja hier tatsächlich auch schon eingetragen. Wenn man sich das Bild genau anschaut, fällt auf, dass der Widerstand R2 nach wie vor an 400 Volt liegt, denn er hat ja immer noch einen direkten Kontakt zu L2 und einen direkten Kontakt zu L3. Die beiden Widerstände R1 und R3 sind jetzt jedoch in Reihe geschaltet. Eine Verbindung zu L1 besteht nicht mehr, aber der Widerstand R1 hat eine direkte Verbindung zu L2 über diesen Weg. Es geht über den Widerstand, von daraus geht es über diese Brücke zu R3 und R3 liegt direkt an L3. Daraus ergibt sich, dass die beiden Widerstände R1 und R3 in Reihe an 400 Volt liegt, während der Widerstand R2 unabhängig von den beiden anderen Widerständen mit 400 Volt verbunden ist. Zeichne ich mir nun das Ersatzschaltbild auf, so sind die Leistungen der einzelnen Widerstände recht einfach zu berechnen. R1 und R2 liegen jeweils nur noch an 200 Volt, der Widerstandswert ist bekannt. R3 liegt an 400 Volt. Nun lassen sich die Ströme durch die Widerstände recht einfach berechnen und damit auch die Leistung. Ich bin hier einen anderen Weg gegangen. Ich benutze hier die Formel P gleich U² durch R, um die einzelnen Leistungen direkt ohne den Umweg über den Strom zu berechnen. Für die Leistung im Widerstand R3 ergibt sich dabei P gleich U² durch R, die 400 Volt zum Quadrat geteilt durch die 21,1 Ohm. Hier komme ich auf eine Leistung von 7582 Watt. Die Leistung in den Widerständen R1 und R2 sind natürlich gleich, denn die beiden sind gleich groß und liegen an der gleichen Spannung. Hier muss ich nun die Außenleiterspannung von 400 Volt zunächst durch zwei teilen und dann die 200 Volt zum Quadrat nehmen, bevor ich durch 21,1 Ohm teile. Hiermit komme ich nun auf einen Wert von 1896 Watt. Damit sind nun die Leistungen für den Fall einer Außenleiterunterbrechung ermittelt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Ganze gut erklären. Ich rate Ihnen sehr, falls Sie noch in eine Gesellenprüfung gehen müssen, sich die einzelnen Aufgabenteile genau anzusehen, denn nach meiner Erfahrung kommen solche Aufgaben regelmäßig vor. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich konnte Ihnen das Ganze näher bringen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.